Wir starten endlich wieder einen Dungeon. Ne, starten wir nicht. Jetzt gibt es so eine kleine Background-Story, die richtig schön ist und traurig. So, hier ist ein bisschen traurige Szene, die ist das. Und hier ist es so, die Götterin hat uns gesagt, ich muss jemanden finden, also die Götterin nicht, aber die Wächterin. Ich muss jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie sie. E-Gitarre? Ne, Spaß. Das gleiche Instrument spielt wie sie, so eine Harfe. Meduli fühlt sich tatsächlich nicht sehr sinnvoll im Leben. Töne ich. Hashtag Deep Moment. Wundervoll. Schöne Szene. Äh, Leuten, können Sie, sagt mir kurz, wie ich die Frau zu behandeln habe. Ich liebe den Anfang des Satzes. If Meduli gets stuck and cannot continue. Oh, help me, Link, I'm stuck. Was machen wir da jetzt? I'm stuck. Und das Coole ist, ich kann selber als Meduli spielen. Das heißt, ich kann sie hier hinlegen. Und die Kontrolle über die Frau übernehmen. Fliegt. Alter. Ah, ich habe noch den Buff, deswegen leuchtet mein Schwert so gelb. Und Oma ist super. Und solange der drin ist, mache ich doppelt den Schaden. Hock dich hin. Pick up. How to pick up girls in den Dungeons. Ja, Mann. Jetzt spricht die mich ja ständig an. Wie komme ich denn rüber jetzt? Wirtschaftsmatte. Wow. Also es wäre mir auch zu trocken. Es gibt ja Wirtschaftsinformatik und es gibt Wirtschaftsmatte. Das wäre mir auch wirklich zu trocken, muss ich eigentlich zugeben. Noch trockener als eure Moms. So, ich clean mal alles. Weil das Problem ist, Meduli kann einfach easy verschleppt werden. Als junger Frau kein Problem hier. Wie viele Frauen willst du machen? Ja. Er hat geschrieben. Sprachen lernen. Hey Meduli, ich finde dich ganz süß. Was machen wir jetzt? Press A to pick up. You're lucky. Success. Nervig. Nein, mein Boost ist weg. Die sind verdammt slimy. Komm her. Komm her, du Schleimer. Ich mache kurz eine Instagram-Aufnahme-Video gedönst, damit Leute herkommen. So, wir gelau... Scheiße, ich habe mich verlabert. Seht ihr das? Seht ihr das bei Zelda? Ich habe gerade eine Nachricht auf meinem Ice Stone. Die Geräusche mache ich, das sind Beatbox-Geräusche. Das ist kein Schlaganfall. Es liegt sehr nah beieinander. Ja, das gebe ich zu. Ich glaube, rhythmische Schlaganfälle kann man als Beatboxing bezeichnen. Change my mind, Alter. So eine Anspielung vom Spiel. So, ja, das ist unmach... Nein, ich brauche die Feen. Okay, ich hätte sie einfangen sollen. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe eine Fe verwendet. Und habe dann noch mal Scham bekommen. Warum bin ich so schade. Ich hasse mein Leben. So, ich bin einfach dumm. Das Girl, was mich begleitet, macht mir den Weg frei. Äh, sollte eine Frau noch immer tun. Und dann geht es hier weiter. Ich habe jetzt den Stahlhammer. Und das Lustige ist, wenn ich im richtigen Moment einen Angriff mache mit dem Stahlhammer, dann fangen die an zu schreien und kriegen so voll aufs Maul, während sie schreien. So, äh, äh. Haha, das funktioniert. Bleib. Let's go. Pff. Die haben so viel HP und teilen so aus. Jetzt wird es jetzt richtig schlimm. Weil das Spiel so, äh, okay. Kannst du mal ihn besiegen. Ja, dann können wir ja eigentlich noch ein paar holen, oder? Das da lässt sich jetzt nur mit Licht freischalten, mit einer Reflektion. Das bedeutet, ich werde Meduli jetzt kurz übernehmen mit meiner Melodie. Sondern reflektiere ich mit Meduli in die Richtung ungefähr. Sie bleibt so. Und ich, ja, ich nutze die Physik der Optik aus und werde mit Link das Licht von ihr weiter reflektieren. Big Brain Time. How to pick up girls. Einfach A drücken für Pick up. Okay, hier brauche ich schnell auch wieder, ach hier, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauche ich ja wieder Licht. Nein, ich wollte es nicht werfen. Oh, sorry. Lichtwitze. Hier kommt eine Lichtgeschwindigkeit. Keine Sorge. Und ich habe auch announced, dass wenn ich die 200 knacken sollte, gibt es einen neuen Song von mir. Mit den alten Geräten, die ich habe, konnte ich vielleicht doch noch was rausholen. Ich habe jetzt nämlich die Fähigkeit, Licht zu reflektieren. Mit ihr. Und dann gibt es ganz coole Lichtspiele. Da kommt gleich noch mehr Sklavin. Champa sagt einfach Frau. Wo muss ich jetzt lang? Links oder rechts? Na egal. Ich schnappe jetzt meine Frau und dann gehe ich einfach. Geht der Spaß hier los? Ah, ich bin richtig dumm, ne? Ich hätte den Spiegel einfach beschieben sollen. Boah. Ich habe es richtig dumm gerade gemacht. Ich sehe es gerade. Ich habe echt sehr viel Selbstmühe gerade gemacht. War überhaupt nicht nötig. So, jetzt habe ich mich auch so drüben Licht. Ich brauche die Meduli gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das getan habe. Wollte eh hin und her laufen. Und ein paar Girls abpicken. So, werfen. Zack. Also Meduli und ich sind so ein eingespieltes Team. Ich werde sie vögeln, weil sie ein Vogel ist. Aus Respekt aber nur. Der Spaß minderjährig, wie immer. Also kein FBI bitte. Toll, alles für Geld, Alter. Das Ding prostiert sich wirklich auch für Geld. Das ist halt mein Game hier. Dahinter der Stahlfoss. Der wartet eigentlich schon die ganze Zeit. Spiel zu Ende, dann töte ich dich. Ich gehe mal zum Friseur die Woche, merke ich gerade. Ich habe auch schon wieder so lang geworden. So, jetzt. Das wollte ich nämlich erzählen. Kann ich da das Ding rausholen? Nö, einfach rausholen hier. Und in die Position bringen. Und schon habe ich Licht. Please stop. Warum seid ihr heute die scheiß Flachwitzleute? Ja, okay, dann macht einfach. Dann muss ich keine machen. Ich habe mein Router umgesteckt. Also da ein Kabel angesteckt. Und da war auch ein Link als Markierung eines Kabels vom DSL-Kabel. Leider treffe ich dich so gut. Bombastisch. Ah. Oder auch, das ist ja der Hammer. Eis kalt. Bosskampf it is, Alter. Wir haben den Dungeon vollständig. Wie krank. So alle Schatzkisten einfach genommen. Geil. So. It's Boss time, Alter. Aber ist an sich ja nicht schwer. Man sieht es ja auch einfach mit dem Licht. Ich lasse euch enjoyen. Und diese Leggy Link Animation. Ich lasse euch jetzt schon. Musik 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 So, den ersten von den beiden nötigen Tempeln haben wir. Chapter 12 kommen wir jetzt. Und ich glaube, ich habe jetzt alles da, um mal alle Inseln langsam abzuklappern.